Ein grosser Nachteil des Ganzen ist, dass die Mitarbeiter mittlerweile bildschnell sind im Betrieb und dass sie halt in relativ kurzer Zeit eine Küche bearbeitet haben und sie dann schon wieder bei mir im Bürostell und nach dem nächsten Auftrag fragen. Wie hat das mal so gesagt sein? Sagt ihr es? Nein! Ich habe mir dort wirklich fast ein bisschen eine eigene Zeige gesetzt, weisst du? Ja, jetzt musst du zwar ein bisschen mehr ins Detail planen, aber dafür ist es so eine schnelle Durchlaufzeit. Dann können sie in den Betrieb und ja, dass sie so schnell wieder im Büro und sagen, was kann ich noch machen? Ja, und dann musst du ja dann schon wieder den nächsten Auftrag bereit haben, weisst du? Und das ist noch so, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Tänk! Tänk!